Das kackt schon da ab. Oh ne, also ne. So, dann müsste man dann hier so ich wollte es machen, um das den ganzen Berg abzutragen. Das ist natürlich Wahnsinn von Löder gewesen. Ich weiß nicht, warum ich das überhaupt gemacht habe. Ich habe keine Ahnung, was ich da mal eben gedacht habe. Aber irgendwas muss ich ja gut gewesen sein. Ich habe keine Ahnung. So, dann müsste man dann genau hier. Jetzt habe ich scheiße gebaut. Jetzt habe ich scheiße gebaut. Ich habe scheiße mal gebaut. Ich bin nicht weg. Ah, der Kaffe. Wie so ein Gefängnis eigentlich. So, ne. Warte mal. So, das ist ja hier von oben. So, dann müsste er dann das so eigentlich hier lang. Geht aber nicht. Dann mal da müsste man hier müsste man dann abruppen. Genau. Genau. So, dann wird der Schuh draus. so. So. So, jetzt müssen wir. Dann müsste ich den. Wir haben dann sowieso weiter gebaut. Diesen Übergang. Das können wir mal machen. Kommen wir mal Ende hier. So. So. So, dann haben wir das nämlich. Weiß nicht, ob ich das hier weiterbaue. Das könnte man dann theoretisch hier noch weiterbauen. So, mal das hier abruppen. Ich tue meinen eigenen Berg vor oben. Nie, mir das passt. So, was haben wir schon mal hier? Jetzt machen wir die auch noch bei. So, dann müssen wir das mal aufreißen. Das reiße ich dann nachher ab. Die ist schon wieder kaputt fast. Ah, das geht doch gar nicht. Alter. So, warte mal. Den reißen wir ohne ab. Könnten wir nämlich dann theoretisch weiterbauen. Bis zu diesen hin hier. Können wir das so wollen lassen. Hätte ich gar nicht abreißen müssen. Das hätte ich nämlich so lassen können. So. Und jetzt. Boah. Alter, das ist aber hoch. Muss ich das hoch anders machen. Muss ich mich hier hochbauen. So. Machen wir das halt so. So. Es sieht echt cool aus, Leute. Das wird echt super. Also wenn ich es so sehe. Ah, wir gehen hier in der Gesellschaft, Alter. Ich wollte die Schnauze. Kleine. Verkunde. Verschwinde und geh dahin, wo du herkommst. Kommt da her, wo du herkommst. So sieht es aus. So. Jetzt müssen wir mal gucken. Ich kann jetzt gerade überhaupt keine Themen ansprechen, Leute. Ich muss ein bisschen konsensieren. Das ist so das Blöde, das Kumpel. Aber es soll ja schön werden. Ich habe mir so viel Erde. So. Jetzt mal. So. So. Joa. Das könnte man so ein... Ne, das ist... Hä? Scheiße. Ne, das passt so nicht. Mach dich weg. So, weg mit dir. Hm. Komm, den kommen wir auch gleich mit weg rum. So. Dann bin ich langst, dass hier irgendwie am falschen Platz... Oh, das muss ich dir nehmen. Ich habe auch nie gehabt. Ja. Sicherheitsvertreter ist da wieder da. Wenn du mir ein Loch sprengst. Alter, du Bastard. Alter. Mann. Boah. Ich reiß dich aus. Geh. Ich penn. Schnauze voll. Leck mich am Arsch, Alter. Leck mich am Arsch. Leck mich am Arsch. Boah. Alter. Boah. Ey. Das kotzt sich nicht wieder an. Scheiß hier. Alter. Warte kurz. Ich muss was trinken. Durst. Gut getan. Das mache ich dann zwar nicht im Let's Play. Aber ich rede immer so viel. Und deshalb muss ich auch mal was trinken. Ist ja mal angenehm, oder? So, jetzt aber, Leute. Es ist doch scheiße hier. Warum habe ich denn das? Maaann. Nö mal. Jetzt fange ich wieder an zu bauen. Kunde. Ich sehe mich hier gerne auch bei. Wahrscheinlich Spieberlein und Co. Das war mir schon wieder nicht hergesetzt. Das weiß ich auch nicht so genau. Ich nehme mal Ripper Hero. Noch mal hinzu. So, Fertsch. Warte mal. Da muss ich hier noch was trinken. Mensch. Ich muss ja noch mal hoch. Ich muss ja noch mal raus. Ja. Nochmal. Das muss ich hier mit dem. Harmonie. Da muss ich hier drauf. So, dann müsst ihr ja dann. Dann müsste ich das dazu bauen. Gucken. Ob das schon reicht. Anscheinend nicht. Nein. Das reicht nicht. Also müsste ich. Also müsste ich hier noch dazu bauen. So wie ich es sehe. Anscheinend ja. So. Das muss ich jetzt irgendwie hier so. So. So müsste es funktionieren. So. So. All das läuft richtig jetzt gut. Habe ich hier richtig planen. Muss ich mal. Ich brauche es nicht so. Abgehört. Wie so ein Berg halt. So schön. Dann habe ich aber das reicht halt. Wo keine Erde dabei. Holen wir uns Nachschub. Das ist nicht das Problem. Das was essen hier. Die Bäume. So schön. Hallo. Lass mich rein. Eine gute Stube. Pack mal ein Bewerber mit weg. Das ist eigentlich ganz gut. Da habe ich nämlich der Platz im Lager. Habe ich nicht so viel Erde da. Nur wird es wenigstens vernünftig genutzt. Ja, das sieht ja nichts aus. Aber das wird es auf jeden Fall super werden. Das sehe ich jetzt schon. Ich glaube zumindest ist das. So. Alter, warte mal. Jetzt müssen wir es mal nicht. Nichts lassen. So, jetzt müsste ich mal gucken. Ne, das reicht immer nicht. Jetzt müssen wir es mal hier so bauen. Ich muss immer noch eine bauen. Okay. Jetzt müssen wir halt hier oben. Da reiße ich jetzt hier oben eins ab. Das ist nicht das Problem jetzt. Ich gehe in der Schaufel dabei. Nehme ich jetzt immer die hier fix. So. So. Dann machen wir das halt so. Das ist mir oben gerade eine Fläche. Auch das Problem. So. So. So sieht das wieder schick aus. Dann machen wir hier. Und hier. Und da. Und da. Und da. Und das. Und die. Das und das und jeniges. Und mal hier.